A Night of Shadows and Betrayals von Anne Petzold Es lesen Lea Fleck, Corinna Dorenkamp und Mary Lou Pohlmann Liebe HörerInnen, dieses Hörbuch enthält potenziell triggernde Inhalte. Diese sind Skinpicking, depressive Verstimmungen, Depressionen, Suizidgedanken, Blut, Waffengewalt. Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Hörerlebnis. Eure Anne und euer Lyx Verlag Für Oma und Opa und Oma und Opa Danke für alles Wo bist du? 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 Kapitel 1 Sascha 10.800 Sekunden Ich zählte sie ab dem Moment, in dem Dylans Schritte auf dem Flur verklungen waren. 10.800 Sekunden, die ich auf dem Teppichboden verbrachte, mein Rücken an die Wand gelehnt, mein Blick auf das Poster gerichtet, das über dem Kopfende des Bettes hing. Fünf nackte Frauen, die auf einem Hügel tanzten. Irgendetwas daran faszinierte mich. Es war nicht mal das Bild selbst, ehrlicherweise. Es sah simpel aus, unausgeglichen. Der Himmel war zu blau, das Gras zu grün. Die Haut der Menschen ein rötliches Orange, das viel zu grell wirkte. Expressionismus schoss es mir durch den Kopf, aber das Wort trieb zusammenhanglos durch mein Gedankenchaos davon. Meine Finger pochten im Takt meines Herzschlags. Sie waren nicht gebrochen, oder zumindest fühlte es sich ab der zweiten Stunde nicht mehr so an. Von draußen drangen Geräusche in mein Zimmer, aber im Gegensatz zu vorhin waren sie abgeschwächter, irgendwie dumpfer. Als der Schmerz in meinen Fingern weniger wurde, spielte ich mit dem Gedanken, das Zimmer zu verlassen. Nach der zweiten Stunde hatte ich die Füße fest auf den Boden gestellt und bewegte mich trotzdem nicht vom Fleck. Ich starrte immer noch wie gebannt auf das Poster, ging die Linien ab, suchte nach Hinweisen oder Gedankenfetzen, nach irgendwas, das meine Faszination dafür erklärte. Ich fand nichts. Da war nichts, außer der Wiederholung meines Namens von der fremden Stimme in Dauerschleife. Ich starrte das Poster an, hoffte, mich selbst darin zu finden. Meine Frustration wuchs, als nur noch mehr Fragen auftauchten, und mit der Frustration kam eine Welle der Hilflosigkeit. Auf dem Flur vor dem Zimmer wurde es lauter. Ich spannte mich an, als es an der Tür klopfte, und keine Sekunde später stand Dylan im Raum, die Arme vor der Brust verschränkt. Ihre Füße steckten in schwarzen Laufers. Sie trug blaue Jeans und ein weißes, locker sitzendes Shirt. Ich war mir nicht sicher, ob es bewusst gewählt war, aber es ließ sie zugänglicher wirken. Und sie war nicht allein. Hinter ihr stand jemand im Flur. Ich sah nervöse Hände zucken, lange blonde Haare und hörte ein dumpfes Rauschen in meinen Ohren, das ich nicht zuordnen konnte, bis die Person in den Raum trat und sich ein lautes, aufgeregtes Hämmern dazu gesellte. Ein Herzschlag. Blut, das in Adern rauschte. Dylan betrachtete mich abschätzend. Ihre Augenbrauen hoben sich immer mehr, je länger wir uns anschwiegen. Sie wippte leicht nach vorn, löste einen Arm von ihrer Brust und streckte ihn leicht zur Seite aus, als wollte sie sagen, Und? Worauf wartest du? Mehr Sekunden verstrichen. Wie lang willst du dort sitzen bleiben? Dylans Stimme ließ mich zusammenzucken. Sie machte eine ungeduldige Handbewegung, aber statt mir eine Erklärung zu liefern, was genau sie von mir wollte, trat sie lediglich einen Schritt zur Seite und bedeutete der Frau, weiter in den Raum zu kommen. Sie kam der Aufforderung nach und blieb zwei, drei Schritte von mir entfernt stehen. Dylan tippte ungeduldig mit dem Fuß auf den Teppich. Ehrlich? Worauf wartest du? Ich hob eine Hand und deutete unsicher auf mich selbst. Ich? Nein, Marie Antoinette, sagte sie mit einem Augenrollen. Gucke ich dich nicht an? Natürlich du! Ich weiß nicht. Ich schüttelte den Kopf, zuckte mit den Schultern. Was willst du von mir? Dylan deutete auf die Frau. Was denkst du? Als ich nicht sofort seine Antwort ansetzte, seufzte sie frustriert. Hast du keinen Durst? Willst du nicht? Statt den Satz zu beenden, deutete sie nochmal mit Nachdruck auf die Frau. Ich schüttelte langsam den Kopf. Dylans Arm sank. Echt nicht? Du hast keinen Durst? Hatte ich welchen? Mein Hals brannte leicht, aber es war kein Vergleich zu dem Feuer, das vorhin direkt nach meinem Aufwachen in meiner Kehle gewütet hatte. Alles, was davon übrig geblieben war, war ein schwaches Kitzeln und die Erinnerung daran, wie der Mann leblos auf dem Boden gelegen hatte. Meine Kehle schnurrte sich zu. Du willst, dass ich... Dylans Gesicht sagte, endlich verstehst du's. Die blonde Frau räusperte sich leise. Ich dachte, du hast gesagt, sie wurde gerade erst verwandelt. Wurde sie auch, aber anscheinend hat sie das Memo selbst nicht gekriegt, sagte Dylan leicht hin. Sie zuckte mit den Achseln. Falls wir dich noch brauchen, wirst du's als Erste wissen. Mit diesen Worten scheuchte sie die Frau aus dem Raum. Die Frau stolperte verwirrt auf den Flur, aber als Dylan ihre Meinung nicht änderte, eilte sie den Gang hinunter, bis ich sie nicht mehr hören konnte. Dylan stützte die Hände in die Hüften. Du erinnerst dich aber schon daran, was vorhin passiert ist? Ich klemmte meine Hände unter meine Oberschenkel, um ihr Zittern zu verstecken. Hellbraune Augen. Schoss es mir durch den Kopf. Der Mann, ich hab ihn... Ich schluckte schwer, brachte es nicht über mich, die Worte auszusprechen. Naja, von einer Jungvampirin hab ich nichts anderes erwartet, sagte Dylan. Aber ich unterbrach mich. Mein Hals war eng, mir war übel. Dylan winkte ab. Mach dir um ihn keine Gedanken, vielleicht ein paar mehr um dich selbst. Was? Du bist in einem fremden Haus mit fremden Leuten, erklärte Dylan langsam. Hast du keine Angst? Willst du nicht schreien? Aus dem Zimmer rennen und die Umgebung in Augenschein nehmen für einen potenziellen Fluchtversuch? Wir haben eine Menge kaputte Fenster, durch die du kriechen kannst. Ich starrte sie mit offenem Mund an. Wie konnte sie so locker darüber reden? Hatte sie solches Vertrauen darin, dass ich zu verwirrt war und zu viel Angst hatte, um abzuhauen? Also? Was? Willst du deine Fluchtwege sehen? War das eine Falle? Es klang wie einer. Aber selbst wenn, was blieb mir anderes übrig? Ich hatte keine Ahnung, wo ich war, wer ich war. Das Beste, was ich tun konnte, war mir jeden Vorteil zu verschaffen, der mir angeboten wurde. Und wenn es am Ende auch nur dafür reichte, mir ein komplettes Bild von der Situation zu machen. Ich zögerte nur einen Moment. So gesehen war die Entscheidung nicht schwer. Okay. Kapitel 2 Joe Meine Kleidung war vom Platzregen komplett durchnässt. Die Wolken waren aufgebrochen, als ich das Gebäude der Organisation verlassen hatte, Winnie auf den Fersen, die ich irgendwo zwischen den stark befahrenen Straßen und den überfüllten Gehwegen verloren hatte. Ich wischte mir den Regen aus den Augen, die tropfenden Haare aus der Stirn und sah mich um. Regenschirme versperrten mir die Sicht. Leute schubsten mich von links nach rechts in ihre Eile, um an mir vorbeizukommen, und ich, ich wusste nur, dass ich Winnie finden musste. Ihre Schreie zerrissen mich. Als Sascha aus ihrem Sichtfeld verschwunden war und sie es geschafft hatte, sich von mir zu lösen, ein Blick in ihr Gesicht hatte gereicht, um zu wissen, dass ihre schlimmsten Albträume sich erfüllt hatten. Wegen mir. Hätte ich besser aufgepasst, hätte ich meinen Job besser gemacht, mich nicht ablenken lassen, dann wäre Sascha nicht, sie wäre nicht, ich schluckte schwer, schaffte es nicht, den Gedanken zu Ende zu spinnen. Ich drehte mich gehetzt im Kreis, suchte nach einem Hinweis darauf, wohin Winnie gegangen war. Meine Beine trugen mich ein paar Meter in die Richtung der Busse, zittrig erst, dann mit jedem Schritt sicherer. Ich schlängelte mich an den Leuten vorbei, ignorierte die mitleidigen Blicke, die sie der triefend nassen Frau zuwarfen, die ohne Jacke und ohne Schirm durch die Straßen rannte. Ich schwang mich in den Bus in den Bus ungeduldig und mit dem Ich schlange die die Straßen und die schlange mit dem den en schlange